hallo hallo herzlich willkommen auf meinem kanal schön dass ihr eingeschaltet habt heute bin ich in einer anderen umgebung denn ich bin heute bei der lieben renate beautywelt die liebe lola ist auf besuch bei mir ich freue mich sehr darüber wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und ich habe die liebe lola miss pink panther geschminkt das seht ihr dann auf meinem kanal und die liebe lola beschminkt dann auch mich und da sieht man sich das seht ihr dann bei ihr auf dem kanal genau also ich bin sehr aufgeregt weil ich habe so vor der kamera glaube ich noch niemanden geschminkt und du? nein ich glaube das ist auch meine erste für alles gibt es ein erstes mal ja und sie ist fest oder danke danke und das letzte mal auch schönen hintergrund ja und deswegen das letzte mal habe ich mir ausgeborgt diese schöne zipfelmütze ja was haben wir gemacht wir haben uns diese wunderschöne palette gekauft gestern bei du glas ja du glas ja war hat minus 25 prozent gegeben auf du face und wunderschön ich habe meine erste du face und ich habe so eine freude damit und vielleicht auch nicht die letzte mal so anfängt so fängt die sucht an Murphy habe ich auch so angefangen oder mal ja 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 und ich werde sie heute schminken sie hat gemeint nicht so nicht nicht so kräftig ja und make up lassen wir weg ja wir machen nur augenbremmer genau hast du genau und ich wollte ein bisschen augenbrauch machen ein bisschen betonen aber ganz wenig ja das ist der von lotti den habe ich heute auch drauf für den kommentar bekommen ja so wir sagen legen wir mal los ich werde auch aufpassen ganz dezent nicht dass sie dann sagt ich komme immer bei ihr nach dass sie mich dann raus fährt dann muss ich zu fuß von von burgenland nach wien fahren wir haben gestern wunderschönen tag gehabt ja mein gott und so viele sales auch in den ganzen shopping cities ja ja schön wirklich aber die hölle war los so viele leute und renate irgendwann mal schminke ich so wie ich will also so richtig bunt wenn ich darf irgendwann einmal gut aufgelegt sein okay dann mache ich alles von kontur bis highlighter ja oder wenn der sommer kommt na ja sicher können wir draußen sitzen ja und mein so versteht sich so gut auch mit ihrem enkelkind ja das ist auch wichtig so schauen wir es gar nicht so schlimm oder noch ein bisschen ich habe mich extra bemüht dass ich nicht so viel drückt ja schön ich habe es noch gar nicht ausprobiert meine augenbrauen ab und zu ganz ganz leicht aber so schaut es gar nicht so schlecht aus so jetzt habe ich die wahl der qual was mache ich am besten gut zuerst nehme ich einmal vielleicht einen augenbremmer den hat sie mir auch drauf gegeben das ist der von essend schaut man so schlecht like primer like a boss eye shadow base und die wimperndusche was du mir aufgeben hast zeig einmal die ist so gut schaut einmal wie stark die ist von essend ja die ist so super und ich liebe sie wirklich wirklich ja wahnsinn also das kaufe ich sie mir auch morgen so kalt ja und die renate hat gesagt sie hat nur mit wimpernserum hat sie so schöne wimpern bekommen ich habe sie schon gefragt ob sie sie nicht mit der kosmetikerin war sie gesagt nein wimpernserum ja von advent kalender aber advent kalender von glossy war es drinnen ja drei milliliter und binnen eineinhalb wochen sind meine wimpern gewachsen jeder vertrag zahlt nicht nicht ja also ich werde auch anfangen jetzt sie hat mir etwas gegeben und was hast du mir gegeben auch von der glossy box von revolution okay ist das ja also ich kenne zum beispiel noch nicht aber ich werde jetzt testen und wenn ihr uns auf instagram auch voll also unterstützen wollt dann werden wir auf instagram unsere kanäle unten verlinken denn dort werde ich jetzt wahrscheinlich auch dann posten wie ich es nehme einnehme und dann auch also zeigen ja wie ich das mache und dann werde ich euch zeigen das ergebnis in drei wochen schauen wir mal ob es bei mir genauso wird bei der renate wäre ja schöner ja sicher wenn man sich den kosmetiker damit sparen kann ja das kostet so viel geld herst dass man sich die wimpern verlängern lässt so wie die haare kann man auch schon die wimpern verlängern ja das kostet unmengen geld viel schade ums geld kauft man sich einmal ein wimpernserum und die sache hat sie und da kommst du lange aus und wie ist sie also die die farbe ist wunderschön und sie lässt sich auch leicht verteilen gefällt mir richtig gut und schöne farben also jetzt nicht so knallige farben aber so richtig weihnachtslook weihnachtslook kann man zaubern ja ist ja eine weihnachtspalette ja und also wirklich schöne farben bisschen glitzer dabei braun viel braun gold und was mir auch so gut gefällt sie riecht so gut sie riecht so gut ich mache meine ogen erst auf wenn es fertig ist ich lasse mich überraschen mit dem finger ist doch ein bisschen besser ja und ich und renate haben uns kennengelernt im zebertreschi oh ja schön ja und seitdem haben wir sehr viel kontakt auch miteinander sicher allein schon wenn die kinder die verstehen sich so gut ja sehr gut vertrauen sie dir ja bei mir ist es auch wichtig auch dass ich weiß dass der mario auch spaß hat wenn er da kommt da hat er auch jemanden zu spielen jetzt können wir in ruhe unser video machen na sicher das spielt auch alles eine große rolle na sicher natürlich Kinder müssen vorher versorgt sein genau so moment so jetzt gehe ich den super tollen bronzer ich werde ihn wahrscheinlich auch kaufen von l'oreal sunrice paradise der ist so gut der bronzer und dem bronzer was ist das ein sun glow glow bronzer von catrice von catrice ist der ok der ist super ich mache es wieder einmal den fish look fish look oder wie sagt man den schmalen mund ja der ist wirklich wunderschön jetzt habe ich ihn heimlich mitgenommen ich wollte noch ein bisschen highlighter dazugeben der wird noch zu sein ja der wird noch zu sein dann habe ich jetzt von der lade rausgekommen ich habe mir gedacht sie macht die augen zu dann mache ich wieder zu die augen dass sie nicht sieht weiss aber nicht so viel gell nein versprochen ganz wenig und das ist so ein ganz zatter und der hat mir auch so gut gefallen den hat sie mir aufgeben heute von catrice der ist spitze den müsst ihr euch holen bei catrice und die wimperndusche ist auch super like du musst noch eine wimperndusche drauf geben nein die habe ich auch ja ja und die augen zu so und ein lippenstift auch oder ist das ein bisschen magst du magst du oder ja der ist von naked deser ist das von l'oreal oder m7 m7 das ist so ein tube w7 oder wie heißt das m7 glaube ich ok ok den gibt es ja beim beim na wie heißt denn der dickemex in so einem set weißt du ja da bin ich ein bisschen rausgefahren so jetzt ein bisschen zumachen das ein bisschen verblende so heute habe ich mich nicht so getraut ne ja so siehst du das glitzernde frisch ja sehr schön ja und die haare auf ja muss ich erst waschen und darum bleibt sie aber wirklich so schöne haare ja schau dir mal wie schön das ist so weich hat sie wirklich mhm schön ja na super so danke viel schminken liebe Lola ja also ich habe ein bisschen Angst gehabt dass ich es nicht vermassle aber schön es ist wirklich schön geworden ja diese Mischung mhm mhm der Highlight das ist schön wenn es dort den Kontrast und die Nase ein bisschen ja man sagt ja auch dass das die Nase schneller macht ja na fesch danke vielmals ja ihr Lieben ja also ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ja lasst gerne ein Like da schaut es auch bei der lieben Renate vorbei Renate's Beauty Welt ja sie hat mich geschminkt ich habe sie geschminkt und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt dann werden wir sich bemühen vielleicht zwei oder dreimal im Monat wie wir es schaffen oder vielleicht wie wir es schaffen werden wir es machen gerne wir werden es ganz sicher wir werden es ganz sicher und ich bin auch im Kurs und das ist ein bisschen stressig aber trotzdem wenn man will schafft man alles gell wir werden es schaffen wir machen das und aus wir machen uns das fest aus und aus genau gut ihr Lieben ich hoffe ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr ja und ja und jetzt kommen wir bald dann Frühling kommt dann bald ne ja der Fasching dann kommt Ostern dann kommt Muttertag mein Geburtstag kommt dann ja dann Sommer oh ja dann kommen die Kinder Geburtstag ja und ich bin schon gespannt was für nächste Deko kommt dann lassen wir sich überraschen ja ich werde wahrscheinlich so paar Schmetterlinge noch rauf geben ja 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 machen gut ihr Liebes Schatz blieb vorbei bei der Renate lasst ein Abo da lasst Liebe da und würde mich freuen wenn wir sich sehen das nächste Mal und ich sage jetzt noch ho 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 bis zum nächsten Mal eure Lole tschüss tschüss eure Renate tschüss 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 Vielen Dank.